So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge zum nächsten Community Day. Das ist nämlich irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, aber das scheint wahrscheinlich heute dann auch erst offiziell angekündigt worden zu sein. Gleich vorweg, ich sehe ein bisschen anders aus als sonst. Ich habe meine Brille nicht, das heißt ich sehe auch schlechter als sonst. Ihr müsst mir da verzeihen, trotzdem möchte ich natürlich mit euch ein Infovideo zusammen, halt das mal zusammentragen, was da alles gibt, uns das Pokémon anschauen, den Bonus anschauen und natürlich dann auch die Frage, freut ihr euch, habt ihr da Bock? Es gibt auf jeden Fall einige Veränderungen, gerade wenn man auch sieht, dass da jetzt nur noch 3 Stunden statt 6 Stunden geht und nicht an einem Sonntag, an einem Samstag und dann auch noch nicht von 11 bis 14, sondern 14 bis 17. Passt mir eigentlich persönlich nicht so, weil ich 11 bis 14, wie es ursprünglich normal früher immer war, hätte ich besser gefunden von der Zeit her, dass man danach auch noch was machen kann, wenn man den Sea Day hinter sich hat und so, wartest du den ganzen Tag drauf, dass der losgeht und dann kommt der Sea Day und wenn der Sea Day vorbei ist, ist der Tag im Prinzip auch schon wieder um. Aber viele werden das sicherlich feiern und sagen, finden sie gut, da können sie in Ruhe ausschlafen, ihr Ding machen und nachmittags dann auf eine Tour gehen, gerade wenn sie irgendwo hinfahren und dort den Sea Day zocken. Community Day im April 2022, Veloursi, und da fällt schon direkt auf, es ist ein neues Pokémon, was noch gar nicht im Spiel ist und was durch einen Community Day eingeführt wird, haben wir, glaube ich, so auch noch nie gehabt. Wir haben Pokémon gehabt, die am Community Day als Shinies eingeführt wurden, aber dass ein neues, komplett neues Pokémon einen Community Day direkt bekommt, müssten sich die meisten freuen. Viele haben ja in letzter Zeit gesagt, Community Day, oh mein Gott, könnte nicht mal was Sinnvolles bringen oder was Besseres und das ist alles langweilig und doof, aber jetzt müsste eigentlich jeder zufrieden sein, dass es was Neues gibt und auch sowas Cooles dazu und auch noch als Shiny direkt. Community Day im April, Samstag, der 23. April von 14 bis 17 Uhr Ortszeit. Anpassungen zum nächsten Community Day. Beim kommenden Community Day werden wir außerdem einige neue Ideen ausprobieren. Vor zwei Jahren hatten wir die Dauer unserer Community Day-Events verdoppelt, von drei auf sechs Stunden. Laut unseren Daten nehmen jedoch nur fünf Prozent aller Trainer länger als drei Stunden am Event teil. Ich fand das aber trotzdem gut mit den sechs Stunden, weil du halt dann in diesem Zeitraum dir raussuchen konntest, wann du deine drei Stunden machst, wenn du jetzt nicht um elf direkt anfängst, sondern kannst erst ab 13 Uhr und machst dann 13 bis 16 Uhr, hast du trotzdem drei Stunden gezockt, aber konntest halt dich besser einteilen. Also wäre eigentlich cool gewesen, wenn die das so gelassen hätten, sag ich jetzt einfach mal dazu. Ihr könnt eure Meinung natürlich auch unten reinschreiben, weil an sich drei Stunden sind vielleicht manchmal auch dann zu kurz oder man fühlt sich halt so gebunden, weil du musst in diesen drei Stunden spielen. Aber gut, wenn die Daten das so sagen, das Feedback der Spieler und Community Leader zum dreistündigen Community Day Classic im Januar war eindeutig. Durch die kürzere Dauer war es leichter, andere Event-Teilnehmer zu treffen. Das wurde sehr positiv wahrgenommen. Aus diesen Gründen kehren wir für den Community Day mit Velourci zum dreistündigen Format zurück. Ich hätte es anders trotzdem immer noch besser gefunden. Wir hoffen, dass wir so mehr Trainer vor Ort zusammenbringen und ihnen noch häufiger die Gelegenheit geben, auf ihren Entdeckungsreisen neue Kontakte zu knüpfen. Der Hintergrund davon, also der Grundgedanke davon ist ja eigentlich eine coole Sache, so wie das halt früher auch war und neue Leute kennenlernen und alles. Aber wer vielleicht auch schon seine Gruppe hatte, mit der er sich sowieso verabredet, dass wir da und da zocken und dort und dort. Ja, egal. Gehen wir mal weiter. Wir wissen, wie wichtig euch die zusätzlichen Belohnungen sind, die bei längeren Events gesammelt werden können. Daher haben wir uns ein paar neue, aufregende Boni für den Community Day mit Velourci ausgedacht, damit ihr in der halben Zeit genauso viele Ressourcen sammeln könnt. Weiter unten erfahrt ihr mehr dazu. Kann also dann Shiny sein. Die Shiny-Version ist hier noch nicht abgebildet. Wisst ihr, wie das aussieht? Man könnte einfach googeln. Ich google jetzt nicht. Ich lasse mich dann überraschen. Obwohl man vorher wahrscheinlich eh wieder mit diversen Grafiken dann zugespampt wird. Exklusive Attacke von Costurso entwickelt Velourci während des Events oder bis zu zwei Stunden danach, damit Costurso die Attacke Ableithieb erlernt. War ja sonst auch so, wenn es bis 17 Uhr ging, dass man bis 19 Uhr noch die besondere City-Attacke bekommen konnte. Ableithieb. Ebenfalls neu in Pokémon GO ist die Ladeattacke Ableithieb, die Conturso in Pungdo-Verteidigung einen besonderen Vorteil bescheren kann. Trainerkämpfe 20 Schaden und die Verteidigung des Anwenders steigt garantiert. Arena-Kämpfe und Raid-Kämpfe 50 Staten. Man benötigt 400 Velousie-Bomb-Boms, um Velousie zu entwickeln. Reiz sich also ein zu Carbador, Garados oder auch Altaria. Wablu? Wablu, Altaria, genau. Die Shinaya ist im Hintergrund, also wenn irgendeine Frage ist, kann ich da auch drauf zurückgreifen. Ich versuche hier aber alleine durchzukommen. Es ist wirklich nur schwer, so ein Maulwurf. Oder was natürlich auch bei Weimar oder solchen Pokémon immer der Fakt war. Ist auf jeden Fall interessant. In den drei Stunden sollte man vielleicht dann wirklich sich drauf konzentrieren, diese Bonbons zu sammeln. Wer weiß, wie das danach, ob das danach noch spawnen oder ob das danach dann wieder in Eier gepackt wird oder in Raids gepackt oder sonst wie. Es wird auch eine Spezialforschung geben. Spezialforschung zum Community Day. Wilder Fang. Für 1 US-Dollar. Deswegen würde ich jedem sagen, gönnt euch das. Es ist nur 1 Euro sozusagen im Monat für euer Hobby. Nehmt das mit. Ist auf jeden Fall vernünftig. Habt ein paar Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Es sind immer coole Belohnungen, die da rauskommen. Nicht nur an Items. Auch, dass ihr dann meistens auch schon ein fertig entwickeltes Pokémon bekommt. Ist das jetzt hier auch so. Das heißt, ihr würdet einmal 400 Bonbons sparen, weil ihr vielleicht die Entwicklung direkt dann aus der Aufgabe am Ende bekommt. Wäre stark. Könnte man dann vielleicht auch gleich mal tauschen mit einem Freund. Vielleicht wird es dann noch besser, wenn man lucky ist oder so. Fehlt mir ja dann auch. Aber gut, am CD gibt es ja so viele. Da brauchst du keinen garantierten Glückstausch dafür. Bla, bla, bla. Wilder Fang verfolgt unsere Kanäle. Genau, die Eventboni sind ja auch nochmal aufgelistet. Es wird dreifache Fang-EP geben. Doppelte Fang-Bomboms. Also gleich zwei Sachen dazu. Was natürlich auch stark ist, da man ja eben so viele Bonbons braucht. Doppelte Chance auf Velusi-Bomboms XL. Für das Fang von Velusi. Also selbst die XL werden euch da hinterher gepfeffert. Während des Events aktivierte Log-Module halten bis zu drei Stunden lang. Während des Events sowie zwei Stunden danach könnt ihr einen zusätzlichen Spezialtausch durchführen. Maximal zwei an diesem Tag. Also auch cool, kann man sich auch drauf freuen. Doppelte Fang-Bomber am Satmar. Rauch hält während des Events auch drei Stunden an. Also drei Stunden Module, drei Stunden Rauch. Auch noch ein Tausch mehr möglich als Spezial. Macht während des Community Days ein paar Schnappschüsse. Eine Überraschung könnt ihr euch erwarten. Das ist das, was ich ja jedes Mal vergesse. Aber mal gucken. Man nimmt einem auf jeden Fall alles mit. Jeder Tausch kostet während des Events und noch bis zu zwei Stunden danach 50% weniger Sternstaub. Also die ganzen Leute, die immer sagen, gib mir mal ein legendäres Bruder. Ich kenne dich nicht. Die also eine Million Staub für sowas ausgeben würden, müssten also nur 500.000 bezahlen. Sind es also dann 500.000, 400.000, 40.000 und 20.000 für diese Spezial-Trades, die man dann theoretisch machen könnte. Gruppen-Boni schließt euch mit anderen Trainern zusammen, um zusätzliche Boni vor Ort freizuschalten. Wenn Trainer genügend Pokémon fangen, die von einem einzigen Log-Modul angelockt werden, steigt die Anzahl der für das Fangen von Pokémon vergebenen Erfahrungspunkte in der Nähe des betreffenden Pokestops für 30 Minuten von der dreifachen auf die vierfache Menge. Hast du komplett nicht verstanden, aber fangt einfach alles, was aus den Modulen kommt und dann ist wieder alles super. Eventboxen gibt es natürlich auch wieder. Die lesen wir gar nicht durch. Ich habe mir noch nie so eine Eventbox geholt. Dann am Community Day und Sticker. Sticker ist natürlich das Wichtigste, braucht man auch. Ihr erhaltet Eventsticker, wenn ihr Pokestops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop gibt es heftige Sticker. Werdet ihr euch Sticker holen? Ja, nein. Wie findet ihr das Pokémon? Wie findet ihr die Boni? Wie findet ihr den Tag, dass es Samstag ist und wie findet ihr die Zeit? Schreibt mal eure Meinung zum nächsten Community Day im April rein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Möchtest du noch mal Tschüss rufen im Hintergrund? Tschüss! So, und die Bierschanga ist nämlich in der Küche. Die macht gerade Pommes im Ofen. Also macht sie nicht, aber egal. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao!